Hi, ich bin Wadim von Zedfy. Ich habe dir einen Dual-White oder auch CCT-Streifen mitgebracht und zeige dir in diesem Video, welcher MyLight-Controller da der richtige ist, wie man ihn installiert, wir sagen an oder ab lernt und welche weiteren MyLight-Produkte damit noch kompatibel sind. Hier also habe ich einen CCT-LED-Streifen. Das Besondere an diesem LED-Streifen ist, dass sowohl Kaltweiß als auch Warmweiß einzeln auf dem Stripe verbaut sind und das bedeutet, dass halt beide Extreme sowie alle Zwischenstufen wie zum Beispiel Neutralweiß extrem gut abgebildet werden können. Der Anschluss ab Foot35 ist wirklich relativ simpel. Du hast oben einmal Warmweiß, dann hast du Plus, dann hast du nochmal Kaltweiß, hier unten ist nochmal Plus, kann man aber in dem Fall getrost freilassen und am Stripe ist eigentlich immer beschriftet, was was ist, dass du die drei Kabel einfach nimmst, in die dementsprechenden Stellen verschraubst und dann ist gut. Hier hast du dann die Möglichkeit, den Strom einzuspeisen, entweder direkt mit den Kabeln oder eben mit Buchse, je nachdem, was du für ein Netzteil hast. An der Stelle natürlich nochmal der Hinweis, achte darauf, dass die Spannungsversorgung groß genug ist und dass das natürlich auch passt. Also wenn du einen 12-Volt-Streifen hast, dann solltest du auch 12-Volt-Netzteil benutzen oder eben bei einem 24-Volt-Streifen ein 24-Volt-Netzteil. Jetzt wollen wir natürlich den Foot35 steuern. Dafür habe ich zwei verschiedene Fernbedienungen mitgebracht. Einmal den Wandschalter B2T2 und einmal die Foot7 Fernbedienung. Beide können daran bequem angelernt werden. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem B2T2 an, packen die Fernbedienung weg. Und das geht eigentlich relativ einfach. Das heißt also, wir nehmen jetzt den Strom, speisen ihn ein und direkt nach dem Einspeisen müssen wir mehrfach den Anknopf drücken. Du siehst also, der LED-Streifen blinkt gerade. Das ist genau das Zeichen dafür, dass das Anlernen erfolgreich war. Das können wir natürlich auch kontrollieren. Wir machen hier aus, machen wieder an, können hier zwischen kaltweiß und warmweiß wechseln. Gar kein Problem, dimmen geht auch. Die Foot7 Fernbedienung lässt sich ganz genau so anlernen, wie der Wandschalter. Ein ganz kleiner Unterschied besteht, nämlich wir müssen nicht ganz oft drücken, sondern nur ein einziges Mal. Wir drücken auf den Anschalter. Du siehst, der LED-Streifen fängt schon an zu blinken und das ist das Zeichen dafür, dass eben das Anlernen erfolgreich war. Aus geht, angeht genauso. Wir können runter dimmen und können dann auch wieder die Farbe warmweiß, kaltweiß ganz bequem am Steuerrad einstellen. Ja, angelernt. Das Ablernen funktioniert eigentlich ganz genauso wie das Ablernen. Wichtig ist, dass der Strom einmal getrennt ist vorher, so wie jetzt gerade. Wir speisen dann den Strom ein, drücken dann, so oft es irgendwie möglich ist, direkt nach dem Strom einspeisen auf den Anknopf, wo wir auch den Streifen angelernt haben. Du siehst also, der Streifen blinkt wieder und dementsprechend wissen wir auch, okay, das Ablernen war erfolgreich. Hier geht nichts mehr und so soll das auch sein. Jetzt möchte ich dich noch mal darauf aufmerksam machen, dass für den Foot35 weite Geräte kompatibel sind. Einmal B4T4 Wandschalter und einmal Foot92 Fernbedienung. Die beiden sind eigentlich darauf ausgerichtet, mehrfarbige LED-Streifen zu steuern, also RGBW, RGBWW etc. Sind aber eben genauso gut kompatibel mit dem Foot35 für CCT-Streifen. MyLight hat auch eine App, die mit allen Kontrollern kompatibel ist. Dafür brauchst du allerdings einen dieser beiden Hubs hier, iBox 1 oder iBox 2. Und wenn du wissen willst, wie man die installiert, dann klick gleich hier oben. Ansonsten findest du alle Produktlinks direkt unter diesem Video. Wenn das dein erstes Video auf meinem Kanal ist, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Like von dir freuen. Ansonsten verpass es nicht, den Abo-Button zu klicken, denn auf diesem Kanal warten weitere News, Tutorials und Insights rund um das Thema LED auf dich. Jetzt klicken! Ciao!